denn machen wir immer weiter wir haben ja hier diese wohnanlage in der letzten folge erreicht so meine ganzen markierten sind natürlich alle wieder weg jetzt ist ja klar nach dem neustart nach dem neustart ach so ich muss dazu sagen weil falls die anderen zwei aufnahmen grafisch nicht so gut waren dieses spiel hier ja ich weiß auch nicht dieses spiel verstellt meine ganzen einstellungen andauernd ich weiß auch nicht da habe ich leider bloß eine geringeren auflösung aufgenommen leider aber ich denke mal heute müsste alles tippitoppi sein so da hinten steht eine scharfschütze da steht auch einer was der ist 274 und der hier vorne ist 307 das haus steht dafür weiter weg na ich würde sagen ich werde man die drohne erstmal hinschicken ich hasse diese drohen na nun transporte wartet hier alles gift und der steht bestimmt hier drüben aber haben wir ihn gut aber da muss noch einer sein ah da hat er sich versteckt so und dann müssten die sind bestimmt hier drüben da haben wir noch einen das ist nicht rechtens damit kommen sie nicht durch natürlich alles abgesperrt naja ich sag mal so haben wir ja erstmal einiges ich meine ich würde den ja auch ganz gerne mal runter ratzen aber ach ne das sind ja 300 das schild da oben war das ah ok gut so dann werden wir mal langsam wenn wir mal langsam ein bisschen aufräumen ich glaube ich werde mit dem der roten anfangen ok ich dachte der geht raus ja ich untersuche jetzt die wohnanlage ah wenn ich wenn das bild ein bisschen dunkler wird stehe ich wohl in dem moment gerade in so eine ich würde mal sagen ein bisschen geschützt wahrscheinlich deswegen wird das bild wohl dunkler ich habe mir meine ersten beiden folgen selber mal geguckt man ich stelle mich mal ganz schön düßig an wenn es um die auswahl der mission ging wie sagt man immer so schön wer lesen kann das klaren vorteil steht ja alles damit lösen und anheften da hat das ein schalldämpfer hört sich ja so laut an achso ja schalldämpfer ja ich habe jetzt wieder ein anderes scharfschützengewehr genommen und zwar ein etwas von der von der von der nach wie sagt man von der punkte zahlen bis ein kleineres hat ja bloß 14 wo ist es ne wir waren das hier naja es gibt schon ein stärkeres scharfschützengewehr aber ich finde das hat mehr durchschlagskraft hier dieses teil hier da brauche ich manchmal bloß einen schuss und dann ist der jenige weg auch wenn ich jetzt nicht direkt auf den kopf ziele wo ist der denn wo ist der denn loistik scheiße das hat er gehört ach nee der lebt noch So, dann werde ich mal vorsichtig da reinschleichen. Oh oh. Das war ja mehr als kann ab. Wo sind die Leiche hin? Ach, das war da drin, aber hier ist eine Kiste, ne? So, dann gehe ich mal schon hier rein. Ich hoffe ja nicht, dass hier einer reinkommt. Da ist eine Kiste, da ist, ja es hat nur ein Trans, ne, deshalb muss es ein Transporter ist, keine Drohne. Oh. Also keine Überwachungsdrohne. Da ist eine Kiste. Okay, die zwei scheinen da jetzt gerade zu kommen. Fing Steuerschulden, ja der war gut. Okay, die verziehen sich. Sehen kann mich hier keiner. Die lege ich mal gleich an. Okay, das ist voll. Nein. Diese Scharfschütze da oben, der stört mich noch. Mal hier oben ist doch gar keiner gewesen, da könnte ich doch theoretisch von da, ne? Nein. 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 Jetzt machen wir mal sehen, ob wir hier rein kommen. Süßkarton. Ach, scheiße, die sind ja genau hier unter mir jetzt. Geh runter. Oh, pff. Ach, die Drecksdrohne ist das. Stimmt ja, die Scheißdrohne macht ja diese komischen Geräusche. Geh jetzt schnell weg hier. Komm hoch, 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 hoch. Wo sind die runterfallen jetzt? Ach, Kacke. Wirkliche, feindliche Aktivitäten. Nee, ich will mich noch nicht mit denen anlegen. Ich verziehe mich erst mal. Sag ich dir nicht. Sag ich, sag ich, sag ich, sag ich. Sag ich, sag ich, sag ich, sag ich. Ja. Sag ich, sag ich, sag ich bro then. Aber bei dir schon das Aurora. Ich bin millions. Ich bin einerwoman, wenn es der goldene Fall war. draw der na siehst du so geht es auch es war jetzt nicht so gut wie es gedacht war aber naja und zeig dich dieser kackdrohne sich alles wieder beruhigt mein gott das sind ja propeller hier diese einblendung darum ich muss unbedingt aufstellen das nervt habe ich jetzt vergessen ist egal wo hier ist noch eine ach der steht immer noch dahinter ich dachte das wäre der gewesen hallo hatte das verstecken spiel wohl verloren der junge voll zurück jetzt wundert dass ich so in hocke runterlatsche wenn ich nicht in hocke runter gehe dann rutscht er manchmal runter und dann verletzt er sich manchmal ziemlich doll und dann ist die energie und naja jetzt nicht wenn ich laufe die energie ist dann zu schnell weg na die probleme machen wir doch mal aus ist das überhaupt ein scharfschutzgewehr die kann ja viel weniger ich behalte mal ich bin mit der waffe momentan sehr zufrieden ja gut die kann ich nehmen klar ziehen wir uns mal das höschen an das war verkehrt da wollte ich hin habe ich ein kleider na das sieht ja lustig aus so so hier haben wir weiter keinen getötet dass keine munition halt hier läuft nur einer rum da steht ja das war wohl der magen kann ich gleich mal gucken was er gegessen hat war das doch diese drohne hier jetzt ist sie nämlich weg war da schon noch transport drohne und nicht verteidigungs drohne oder was auch immer steht keine ahnung so da haben wir noch 123 da ist ein zivi und ich glaube die hier oben gewesen sind vorhin hier beim schraube sind noch welche eine schütze ok sich jetzt sowieso nicht den schützen würde ich sagen wollen wir mal die anderen drei da kiste ist oben